Hallo liebe Mama da draußen! Du siehst gleich ein paar Videos von den Ergebnissen unserer letzten vierwöchigen digitalen Arbeit in MamaMove. Genau, und du siehst, dass wir nicht nur mit Tanz und Poreografie arbeiten, sondern mit Performance-Uhrungen und eigenen geschriebenen Texten. Zum Beispiel bei diesem Video haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was brauche ich als Mama glücklich zu sein? Genau, und wir laden dich herzlich ein mitzumachen. Ja, mach eine große Liste von Begriffen. Was brauchst du, um eine glückliche Mama zu sein? Genau, und wenn du diese lange Liste hast, nimm dir drei Assoziationen, drei Begriffe und zu diesen Begriffen und Assoziationen überlegst du dir dann Bewegungen. Genau, und zu diesen Bewegungen könntest du uns ein Text entscheiden. Genau, gerne, dass wir ihr Ergebnis uns schicken. Kontaktiert uns, wir freuen uns auf euch und bis bald! Bis bald! Ciao! Ciao!